So, leider fängt es an zu regnen. Ich bin 7500 Schritte gegangen, aber kleine. Heute ist Dünenläufer in Graenmüritz. Da flitzen sie. Die müssen von hier an noch ungefähr 10 Kilometer. Hin und zurück macht dann eine Runde. 24 Kilometer. Tja, da kann man aufhören. Man kann aber auch die Runde noch mal rennen. Und der Regenbogen ist noch da. Ein Gruß von meiner lieben Omi. Das andere Ende sehe ich jetzt nicht. So, ich muss jetzt heim. Wetterphänomen. So, ich muss jetzt... Vielen Dank.